Trailer Workstation. Kurz und knapp. Erklärt. Im heutigen Video geht es darum, wie wir ganz einfach eine Position kaufen oder verkaufen können. Und wir starten mit etwas ganz Simplen, nämlich dem Kauf oder dem Verkauf einer Aktie. Wir nehmen hier einmal eine neue Aktie dazu, zum Beispiel die McDonald's Aktie MCD. Also wir klicken einfach rein, MCD, Symbol, Aktie und dann haben wir sie drin. So, und wenn wir jetzt diese Aktie kaufen wollten, dann können wir das ganz einfach tun, indem wir hier unter den Spalten BIT oder ASK einfach auf ASK klicken. Dann wird sofort ein Kauf gemacht. Ich löchte es nochmal ganz kurz heraus. Würden wir unter BIT klicken, wird sofort eine Verkaufsorder hineingestellt. So, also angenommen, wir wollen diese Aktie kaufen, also einfach auf das ASK geklickt. Jetzt können wir hier einstellen, wie viel Stück wir kaufen wollen. 100 oder 10 oder eine oder auch eine Runde Zoll, also 13 beispielsweise. Dann können wir hier einstellen, wie lang die Order laufen soll. Good till cancelled oder aber zum Beispiel nur tagesgültig. Wir können hier den Preis einstellen. Ich empfehle Ihnen immer mit LIMIT zu kaufen, niemals Market, sondern immer mit LIMIT. Selbst wenn wir hier nur 3 oder 2 Cent Spread haben, kaufen Sie immer mit LIMIT. Versuchen Sie das immer ein bisschen zu mitteln. Und was vielleicht noch ganz hilfreich ist, gerade bei Aktien, gehen Sie nicht an die Smart, also wo es an alle Börsen geroutet wird, sondern gehen Sie bei Aktien in Amerika bitte immer an die IEX. Wer unser Video gesehen hat über den High Frequency Handel, der weiß warum. So, und jetzt muss man am Ende nur noch auf Ü, also auf Ausführen drücken. Und dann wird die Order sofort an die Börse geroutet und kann dann entsprechend ausgeführt werden. Das war es für heute. Beim nächsten Mal schauen wir uns an, wie man eine Option hier an der TWS kauft oder verkauft. Wir sehen uns an, wie man eine Option hier an die Börse geroutet wird. Wir sehen uns an, wie man eine Option hier an die Börse geroutet wird. Wir sehen uns an, wie man eine Option hier an die Börse geroutet wird. Wir sehen uns an, wie man eine Option hier an die Börse geroutet wird. Wir sehen uns an, wie man eine Option hier an die Börse geroutet wird. Wir sehen uns an, wie man eine Option hier an die Börse geroutet wird. Wir sehen uns an, wie man eine Option hier an die Börse geroutet wird. Wir sehen uns an die Börse geroutet wird. Wir sehen uns an die Börse geroutet wird. Untertitelung des ZDF, 2020